Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen heute zu Salsa Moves. Mach mit, hab Spaß und lass die Hüften locker, wenn du willst. Verbrenne Energie, verbrenne Fette und mach ganz viele Schritte mit mir. Wichtig ist unsere stabile Körpermitte, also gleich mal den Bauchnabel sanft nach innen ziehen und wichtig ist unsere stolze Aufrichtung, also denk dir eine Krone auf deinem Kopf. Lass locker, ich mache uns ein bisschen Musik an, wenn was nicht ganz so klappt, macht überhaupt nichts, bewegt dich einfach so, wie du Lust hast. Und jetzt hör schon mal den Takt dir an, die Musik dir an und versuch dich ruhig schon mal ganz leicht zu bewegen. Die Arme sind hier an der Seite, bewegt deine Hüfte, vielleicht kannst du sie ja in einer liegenden Acht bewegen. Und wenn du möchtest, gehst du schon am Platz, gehen, gehen, gehen. Klappt? Vielleicht größer werden. Weiter auseinander. Mach noch weiter, lass deine Hüfte schwingen. Mach mal weiter, immer weiter. Gehen, mach weiter. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, mach mit. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Genau. Eins, zwei, stehen. Machen wir weiter. und mach mit. Außen, außen, Mitte. Außen, außen, Mitte. Außen, außen, Mitte. Schau mal. Eisen, stehen. Außen, stehen. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Noch weiter. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Weitermachen. Gehen. Gehen, gehen, gehen. Rechts, rechts. Einfach nur gehen. Sehr schön. Wieder. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Mach weiter. Schau mal. Vor, vor, Mitte. Rück, rück, Mitte, vor. Vor. Mach mal mit. Lass deine Knie so ein bisschen gebeugt. Lenk dir die Krone auf den Kopf. Und jetzt noch mal zur Seite. Kannst du dich erinnern? Letzten vier noch. Drei. Und jetzt noch mal nach vorne. Zu mir. rechts, links. Seite. Nochmal. Nach vorne. Seite. Bleib da. Bleib da. Bleib beim Seiten. Am Platz gehen. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links. Und mal weiter. Schau mal. Lass den Oberkörper bei mir. Und kreuz das Bein hinten. Die Ferse muss nicht auf dem Boden sein. Sehr schön. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und jetzt geht's nochmal nach vorne. Rechts, vor. Rück. Seite. Sehr schön. Am Platz gehen. Am Platz. Nach hinten. Nach hinten. Hinten. Nach vorne. Vorne. Nach vorne. Seite. Am Platz. Hinten kreuzen. Da bleibst du. Nach vorne nochmal. Komm, komm. Am Platz. Am Platz. Bleib hier. Okay. Drei noch. Zwei noch. Von Anfang an. Stehen. Warten, 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 warten. Wir warten auf die Musik. Fangen noch einmal an. Von Anfang. Finde nochmal den Rhythmus. Eins, zwei, lang. Eins, zwei, lang. Bereit? Letzten, zwei noch. Von Anfang an. Nach vorne, rechts. Rück. Seite. Am Platz. Eins, zwei, stehen. Nach hinten. Am Platz. Sehr gut. Jetzt schau mal. Eins, zwei. Cha, cha, cha. Eins, zwei. Komm so ein bisschen in Bewegung. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Rückgröße. Klein, klein, groß. Klein, klein. Vier noch. Am Platz. Eins, zwei, stehen. Wenn du magst, mach den Schritt mal weiter. Und dreh dich. Eins, zwei, stehen. Kannst du dich auch mal andersrum drehen. Ganz egal, wo du jetzt bist. Nur gehen. Ganz locker. Vielleicht merkst du schon, dass deine Hüfte schon ein bisschen lockerer ist. Locker geworden ist. Ja. Öffne deine Beine. Probe erst mal aus. Wie locker deine Hüfte jetzt ist. Mach genauso weiter. Mach genauso weiter. Eins, zwei. Eins, zwei. Mach mal mit. Lass die Arme schwingen. Links, rechts. Blickrücken mitnehmen. Vier noch. Drei. Zwei noch. Und nur hinher. Hinher. Halbes Tempo. Langsam. Langsam. Schultern. Rechte Schulter. Linke. Dich ganz weich bewegen. Hier fest bleiben. Bauch fest. Arme werden etwas größer. Nochmal nur die Schultern. Bleib in der Grätsche. Eintauchen. Aufrollen. Nochmal eintauchen. Aufrollen. Komm tief. Bleib hier. Halte. Und drück jetzt mit der linken Hand die linke Schulter nach unten. Und wieder zur Mitte. Rechte Hand. Rechte Schulter. Und wieder zur Mitte. Ein bisschen schneller. Und drehen. Mitte. Mitte. Halte. Rücken rund. Rücken gerade. Rücken rund. Rücken gerade. Halten. Linke Ferse heben. Dreh dich. Schieb die Ferse nach hinten raus. Ganz fest. Die Wade dehnen. Hüftbeuge. Halten. Ranziehen. Aufrichten. Fuhrspitze anziehen. Kniestrecken. Ganze Rückseite spüren. Hochkommen. Wechseln. Heben. Tief. Ferse schiebt zurück. Halten. Vorziehen. Hochkommen. Kniestrecken. Gerne tiefer. Ich hoffe, dir ist es warm geworden. Hochkommen. Schultern locker lassen, Schultern hinten lassen, jetzt denk nochmal an den Anfang, probier aus, wie lässt sich dein Becken jetzt bewegen, ist es anders, fühlst du dich aufrechter, stabiler in der Mitte. Halte in der Mitte, atme ein, beide Arme nach oben, lang strecken und nochmal ausatmen, locker, noch einatmen, lang strecken, ausatmen und ein letztes Mal, tief ein und aus, löse. Und vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön, ich freue mich, dass du dabei warst und natürlich freut es mich, wenn es dir Spaß gemacht hat und du gefällt mir drückst und einen netten Kommentar hinterlässt. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, natürlich auch gern, der Link, den findest du auch unter dem Video. Ansonsten, wenn du gerne tanzt, gib einfach Dance Gabi Fastener in die Suchzelle von YouTube ein oder Salsa oder Latin Gabi Fastener, dann findest du noch mehr Videos zum Thema. Freue mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten dabei bist, du kannst meinen Kanal abonnieren, kostenfrei, dann bekommst du, wenn du die graue Glocke drückst und auf alle klickst, auch Info, dass ein neues Video von mir auf YouTube geladen ist. Oder ganz einfach so bis zu irgendeinem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann!